Hallo und herzlich Willkommen zu Amtlieg 2 Wir fahren heute mit dem Bus im Ruhrgebiet Ich muss ein bisschen Druckluft machen, dass ich mich weiss ... ... Ja, das ist der Booster so fit. Ja, das ist der Booster. 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 Ja. Ja, das ist der Booster. Dann Max Planck Gymnasium. Vollgas durch die Stadt trainieren mit dem Bus. Alles geht so durch, wie er geht. Jetzt nicht willkommen zu dem Bus. Hallo? Nächster Halt, Augustin-Bippel-Straße. 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 Da sind wir. Der Nürnbergring ist aber nicht in der Nähe oder? Liefer nicht. Was habe ich das gehört? Anhalten, anhalten habe ich gesagt. Ich bin ja raus. mit zehn minuten verspätung das krieg ich doch hinaus das dauert noch zu lange ich warte nur noch lange nächster halb reichen strah so 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 Nächster Halt am Markt, Umstandgewöhnlichkeit in Gewervenfest. 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 Einmal Vollgas, die Verspittung mit 10 Minuten einholen. Was soll das eigentlich? Haben Sie Ihren eigenen Fahrplan oder was? Ja, hab ich doch. Mist. Man kann besser fahren. Ja, ich weiß. Ich hab gleich grün. Muss warten. Eiweiß. Ich hab gleich grün. Ich hab gleich grün. Oh yeah. Ja. Ich hab gleich grün. Ja, du musst sagen, ich möchte die Borte. Ich hab gleich grün. Exile Elisabeth Hospital. Der Verspätung. 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 Exalt, Schloss, Erd. Ach du, vielleicht bremsen. Nächster Halb. Wann ist der? Nächster Halb. 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 Sonst brenn ihn nur dem linken Ort. Wann, wann. Bleiben die Tür auf. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hospitalstraße Hospitalstraße U-Land-Straße Hospitalstraße 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 Und Ullandstrasse weg, Ullandstrasse, Nexal, Josefstrasse. Ich habe mich verfahren und es hat Unfälle geboren. Fahren Sie doch mal bitte ein bisschen vorsichtiger. Wenn da eine Ampel ist, soll ich rüberfahren über Brot? Ich kriege meinen Anschluss nicht mehr, wir sind daran schuld. Machen Sie Ihre Fresse. Wenn Sie Ihren Anschluss vergessen, können Sie mit mir ruhig eine Pfanne bauen, bis Sie Ihren Anschluss erwischen können. Und, hat es die Papen hinten. Viergartenstrasse. Mit der Linie. Ich bekomme den Lenkantrag. Die Achse. Die Küche. Die Flasen. Wir haben auch die Flasen. Die Flasen. Die Flasen. Die Flasen. Die Flasen. Ich hab etwa die Verspittung etwas rausgekriegt. Nächster Halb St. Siebert. Nächster Halb Best Thing. Nächster Halb Best Thing. Fernseh, bevor ich euch versprechen! Hallo? Nichts alt, Molte... Molte... Strasse. Karl... Paulusstraße. Wo haben sie den Anschluss? Wecker ins Scherz. Nächster Halb. Steintor. Das ist wie man fährt. Wie man die Verspätung rauskriegt. Bitte geh grün. Wie ist die Pünktlichkeit? Wie ist die Pünktlichkeit? Ich mache Werbung von der Seniorenstiftung. Wie ist die Pünktlichkeit? 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 kommon bitte verarscht mich nicht ich weiß ich weiß ich weiß es ist nicht auszukennen was komm bitte geh grün und ich würde bloß 10 minuten verspätung komm bitte wenn es grün wird dann freue ich mich ich Faltas! Du bist doch schon spät im Haus hab. Schnell und schnell, nächster Halt, Beckling, Pausen, Hauptbahnhof, enthalte ich wieder. Bitte alle aufstehen, danke, dass sie mit uns mit gefangen sind, denn Connection zu Trade Service, Aftop-East-Trade-Bit-Bit-Bit. Untertitelung des ZDF, 2020 Aufpassen, aussteigen lassen. Aufpassen, aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Danke fürs Zuschauen, lässt mir ein Like da und ciao. Aufpassen. 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 Aufpassen.